ja steckt man sich mal gescheitert was ist du ja in dem schrub oder nicht gestern wir sind alle kommen zu schätzen die deutschen rote und jetzt habe ich es unabsichtig um so ein mps gehört ich habe nicht mehr als lecker also die teckel weil er zu ewig fester das andere muni für stunden der bank dann sich in der uhrdinger ist sie will mich her dass er die tieren gibt die was einfach nur zu dekoratieren oder kloser Jawohl, ich hab's gefunden. Ballcutter, Alter. Jawohl. Oh ja, Alter, das wird jetzt so... Breach-Action. Geh oben auf mich, geh oben auf mich, geh oben auf mich. Geh oben, Marcel von da oben. Ja, jetzt schon. Bereit? Ja. Was ist da denn, Dieter? Ich bringe ihn dir. Fuck, nollon. Fuck, nollon. La-lawerer, la-la-la-la-la... La-lawerer, la-la-la-la-la... La-lawerer, la-la-la-la-la-la. Alter, das ist aber schon viel bis hin zu dürfen. Lalon Lalon haben wir den ganzen Kopf zerschossen gäbe es da, das macht mehr ohja, aber schaut mal die ganze Menge da das tut deppern ah kein Wunder, das war das Parkhaus jetzt kann ich wieder auf die Pistole wechseln ich kann wieder auf die Pistole wechseln was auch hinter dir das war so eine Supply-Kamera ja, du weißt mal wo wir hingegangen sind er fällt ja viel zu stärken ich weiß auch aber ich muss noch raus, damit ich meine Familie retten kann was? du bist ein Schwerverbrecher und bist da gefangen worden auf einmal ist der Zombie-Apokalypse-Ausbruch und du versuchst jetzt den Weg raus zu bannen mit einem anderen Sträfling ich bin jetzt immer scheiße, oder? naja, machen wir die Geschichte raus nein, ich bin aber richtig viel geil, oder? ich, mein Name ist Chris Redfield ich bin ein Überlebender der Geheim-Operation Isaac ja, das Game hat ja wirklich hat ja eigentlich auch eine Geschichte, oder? ja, tu mal du machst ja die Story selber berätt dich vorher so viel wieder ja schau dir den Behinderten da vorne schau dir da, schau, schau, schau du bist durch dran? ja, äh ich kann auch schon mit der die Aufhörer oh, fac, mit Zug schlagen einfach durchballern du recht ist seit ja, ich muss, ich versuche immer nur den Kopf zu schiessen ja, ich kann auch beschützerne das Ende auf ja, das Schulbüse, erschlackte nur Abteil ihrer Wester und dann geht das war mit ihm aber jetzt keine beine mehr was war das jetzt jetzt kommen wir viel da vorne von links von links die hinter uns öffnet sie wir müssen jetzt überleben woran wirst du da war da und rechts kommt kann oder er muss das zwar noch werden ich höre es nur wenn es zu übernimmt hab kann man nicht mehr boah fack die noch eine Säcke es ist viel sinnvoller was weißt du wenn man Waffen wechselt das ist mit Nachladen mal nachladen da vorne ist es aufgegangen da musst du mir oder? weil die hinten geht ja gar nicht auf nein die hinten geht viel langsam weil die haben gleich drei mit einem Schuss erledigt weil du sollt gleichzeitig geschießt und sollt Munition lag zum K ja das geht viel langsam das ist extrem langsam geschafft ja ich bin der Kakel A gewesen ja ne ich hupf gerade auf die Mane lavand weiter geil ja super jetzt haben wir wieder gespawnt gleich das ist schier ja ist hier das ist schier aber ja ja